Übers Hand und über Steine, immer warst du mir ganz nah. Doch hier fühl ich mich alleine und ich frage mich, bist du da? Zeig mir dein Gesicht, wie es für dich ist, sag mir nochmal, wer du bist. Zeig mir dein Gesicht von Sephora Nelson hat mich angesprochen, weil es von einer Sehnsucht erzählt, einer Sehnsucht nach Gottesbegegnung. Es geht um ein tiefes Vertrauen, was man vielleicht mal hatte, was aber nachgelassen hat. Und es geht um den Wunsch, sich wieder näher mit Gott verbunden zu fühlen. Der Advent ist die Zeit der inneren Vorbereitung auf eine neue Gottesbegegnung. Eine gesegnete Adventszeit wünscht Downtown Gospel aus Erfurt und euer Landespopkantor Christian König. Zeig mir, du bist da, komm und sei mir nah, denn ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wer du bist.